Lohnt sich das Warten? Lohnt sich das Warten? 5.35 Uhr war ich da, alles war weg. Also alle Termine waren irgendwie schon vergeben worden, ich habe noch eine große Menschenmenge da angetroffen und da habe ich festgestellt, das Warten hat sich nicht gelohnt. Donnerstag war ich bei einem Arzt, ich wollte mir ein Rezept abholen über eine Hautcreme und normalerweise gehe ich da einfach rein, ich rufe vorher an, ich kann mir das Rezept abholen, aber aus irgendwelchen Gründen wurde ich ins Wartezimmer verwiesen. Und ich war schon etwas genervt, weil das hatte ich nicht so eingeplant, das kollidierte mit meiner Tagesplanung und ich habe mir innerlich so eine Zeit gesetzt, eine halbe Stunde wartest du und dann gehst du einfach. Und gerade als ich aufstehen wollte, wurde ich ausgerufen und da hatte sich das Warten gelohnt und ich habe meine Verordnung bekommen und konnte dann auch gleich bei der Apotheke shoppen. Wenn du eine Behandlung beim Arzt willst, dann musst du warten, bis der Arzt kommt, ganz einfach, du musst warten, bis der Arzt kommt, sonst gibt es kein Rezept und sonst gibt es auch keine Spritze. Zu Pfingsten ging es los, die Rezepte zur Heilung und zur Erneuerung eines jeden Menschenlebens waren ausgestellt, die himmlischen Impfstofflieferungen sind angekommen und die Durchimpfung der Menschheit hatte begonnen. Und es konnte losgehen, weil zwölf Apostel und 120 weitere Frauen und Männer in ihrem Gefolge gewartet haben, bis der Arzt kam, nämlich Gott selbst. Der Gott Israels, der sich übrigens seinem Volk vorgestellt hat, ich bin der Herr, dein Arzt, sehr persönlich, ich bin Yahweh, dein Arzt, 2. Mose 15, irgendwas in den 30ern. Pfingsten kam er in der Verabreichungsform des Heiligen Geistes, der Arzt der Menschheit. Er kam, weil zwölf Apostel und 120 Frauen und Männer warten konnten. Kannst du noch warten? So ein bisschen unbehaglich, so ein Moment, wenn man nicht genau weiß, was passiert, wann der Prediger loslegt. Ist nicht so leicht, wenn man nicht weiß, was kommt. Ich lese euch den Bericht vom Ende des Wartens vor aus Apostelgeschichte 2, Verse 1 bis 13. Nach Ablauf der Zeitspanne von 50 Tagen am Erntefest waren sie alle an diesem Ort beisammen. Da war plötzlich ein Pfeifen vom Himmel zu hören, wie von starken Windböen und erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich aufhielten. Dann erschienen ihnen züngelnde Flammen, die sich verteilten und auf jeden Einzelnen von ihnen setzten. Sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und begannen, in verschiedenen Sprachen zu reden, so wie es ihnen der Geist eingab, auszusprechen. Nun waren gerade Juden in Jerusalem zusammengekommen, fromme Männer aus allen Himmelsrichtungen. Als nun dieses Pfeifen zu hören war, kam die Menge zusammen und man geriet in Verwirrung, weil jeder Einzelne, sie, also die Apostel, in der eigenen Sprache reden hörte. Fassungslos und verwundert fragten sie, sind nicht alle, die da reden, aus Galiläa? Wie kann es dann angehen, dass jeder von uns sie in der eigenen Muttersprache versteht? Parter, Meder, Elamiter, Leute, die in Mesopotamien leben, sowohl Juden als auch Kappadokier, Leute, die aus den Provinzen Pontos und Asia, Phrygier wie Pamphylia, Ägypter und Leute aus der libyschen Region von Kyrene, hinzugezogene Römer, sowohl Juden als auch Proselyten, Kreter und Araber. Lukas, der Verfasser, sehr gründlich, versucht hier keine Gruppe auszulassen. Wir alle hören sie in der eigenen Sprache von den großen Taten Gottes reden. So waren sie alle fassungs- und ratlos und sagten einer zum anderen, was soll das denn werden? Andere sagten spöttisch, die sind doch abgefüllt mit neuem Wein. Wir beten noch einmal. Jesus, wir danken dir für diese Worte, die uns überliefert wurden in der Bibel, diese alten Worte. Wir bitten dich, dass du uns durch deinen Geist hilfst zu verstehen, was das für uns heute hier bedeutet. Und wir beten, dass wir nicht nur verstehen, ob wir jetzt hier sind oder ob wir zu Hause sind und zuschauen. Wir beten, dass wir nicht nur verstehen, sondern dass wir das erfahren. Wir laden dich ein, zu uns zu kommen mit dieser Kraft deines Geistes. Amen. Ich habe euch eine kleine Grafik mitgebracht, die werdet ihr auch im Internet finden, von dieser neuen, relativ neuen Predigt-Serie über die Apostelgeschichte. Und aus dem O habe ich mir erlaubt, so konzentrische Kreise zu gestalten. Und ich finde, das passt sehr gut zu dieser Apostelgeschichte und speziell zu diesem Ereignis. Aus der Vertikalen, aus der Beziehung zu Gott trifft etwas auf, wenn man so will, auf dem Erdboden, auf dem Globus. Und es fängt an, sich in der Horizontalen, in konzentrischen Kreisen auszubereiten. Das ist eigentlich die Bewegung, die wir in Apostelgeschichte sehen. Sie fängt in Pfingsten an, wenn ihr so wollt, ein Vektorpfeil von oben nach unten, ein vertikaler Pfeil. Und der trifft auf in Jerusalem. Das ist der Moment, den wir eben gelesen haben. Und dann geht es in die Horizontale, eine horizontale Bewegung, eine vertikale Bewegung in eine horizontale Bewegung. In konzentrische Kreise von Wirkungen. Und die skizziert noch Jesus selbst vor der Himmelfahrt. Jerusalem, Judäa und Samaria bis an die Enden der Erde. Also diese Wirkungen, Jesus nimmt das vorweg, die breiten sich immer weiter aus. Und wir sind mit das Ergebnis davon. So ein paar tausend Kilometer von Jerusalem weg. Und hier ist eine Gemeinde, die zusammenkommt und die von dieser Bewegung, von dieser Wirkung erfasst wurde. Und das geht schon ganz schön lange. 2000 Jahre. Und ich finde es hochspannend, was hier passiert. Ich finde es total dramatisch. Also ich würde sagen, es ist der spannendste Moment der Menschheitsgeschichte, weil die Kraft, die hier kommt, die Kraft des Heiligen Geistes, das ist nichts anderes als die Schöpferkraft, die uns in den ersten Kapiteln der Bibel, Genesis 1, 2, die uns da beschrieben wird als eine Kraft, die alles ins Leben ruft. Wenn man so will, die ausführende Gewalt des Schöpfers. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, die Erde war wüst und leer. Es war finster auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte auf der Oberfläche, auf dem Chaos, auf dem Wasser. So könnte man es übersetzen. Und dann geht es los, Gott spricht und dann wird das umgesetzt. Was mitgedacht ist, dass der Geist das ausführt, was das Wort sagt. Alles, was lebt, das Leben ist ein Riesengeheimnis. Das kommt aus dem Heiligen Geist. Und wenn uns hier beschrieben wird, dass Gottesgeist kommt und die Apostel erfasst, dann geht es, so können wir uns übertragen, um nichts anderes als, dass unsere Welt wieder angeschlossen wird an die Energieversorgung Gottes. Alles, was lebt, muss sterben und Energie erschöpft sich. Und hier ist der Moment, wo wir mit dieser Kraft, wo die Menschheit mit dieser Kraft neu in Verbindung gesetzt wird, ans Netz genommen wird. Also es ist ein spannender, dramatischer Punkt, der Punkt, wo diese Kraft aus der Höhe, wo sie auftrifft in der Menschheit. Und das ist deshalb so spannend für uns, weil wir das alle kennen, wir alle kämpfen mit Energie, die uns irgendwie verloren geht. Im Laufe des Tages, im Laufe der Woche, im Laufe von Jahren, durch Krisen, durch die ganze Zeit der Berufstätigkeit. Wir alle kennen das, dass uns Lebenskraft verloren geht, dass sie versickert. Und wir alle kennen uns, diesen Ruf, diesen Schrei nach neuer Kraft und nach neuem Leben. Und wir haben manchmal einen Moment, wo wir gar nicht wissen, wohin wir uns wenden sollen. Und unser Reflex ist, dass wir so in der Horizontale uns umschauen nach Kraft, neuer Lebenskraft, die uns zugeführt wird. Und hier erfahren wir, sie kommt von oben, Gott schickt sie. Und das ist die Antwort auf alle Energiekrisen, die kleinen wie die großen. Der Geist Gottes, der kommt. Lohnt sich das Warten auf deinen Pfingsten, auf meinen Pfingsten, auf unser Pfingsten? Dürfen wir damit rechnen, dass sich sowas wiederholt? Können wir überhaupt davon ausgehen, dass das ungefähr so stattgefunden hat, wie wir das beschrieben haben? Die Bibel ist ein altes Buch, selbst das Neu-Testament ist relativ alt. Können wir davon ausgehen, dass das so stattgefunden hat? Die Berichte, sie wurden und sie werden natürlich immer wieder auch infrage gestellt und manchmal auch sehr kritisch analysiert. Es gab einen Theologen, Kulturphilosoph und Politiker, der heißt Ernst Trölsch, lebte von 1865 bis 1923. Und der hat sich auch so mit diesen Fragen beschäftigt, was ist historisch eigentlich glaubwürdig und was uns berichtet wird in irgendwelchen alten Quellen. Was ist eigentlich glaubwürdig, was ist belastbar, wo können wir davon ausgehen, dass es wahr ist? Und der hat so drei Kriterien, Prüfkriterien aufgestellt. Wenn uns irgendwas berichtet wird, vor allen Dingen, wenn es aus alter Zeit oder von ganz woanders herkommt, sollten wir grundsätzlich erstmal kritisch sein. So ein methodischer Zweifel, nicht alles glauben, was wir hören. Dann zweiter Punkt, wenn uns etwas berichtet wird, sollten wir prüfen, gibt es Analogien? Das heißt, ist das ein einmaliger Bericht über ein einmaliges Ereignis oder gibt es ähnliche Berichte? Das würde dann dafür sprechen, dass ein Bericht glaubwürdig ist, wenn es sich um parallele Ereignisse handelt, die nicht nur einmal stattgefunden haben, sondern die häufiger in der Geschichte bis in die Gegenwart hinein stattgefunden haben. Drittes Kriterium, kompliziertes Wort, Korrelation. Das ist eigentlich ganz einfach. Dieses Ereignis, steht das irgendwie in einem erkennbaren Zusammenhang zu vorausgehenden Ereignissen und hat dieses Ereignis Wirkungen, die auch messbar sind? Also es geht um die Frage bei der Korrelation, was ist dem Ereignis vorausgegangen und was folgt denen? Wie ist dieses Ereignis verzahnt mit anderen Ereignissen? Also, banales Beispiel, Ungeheuer von Loch Ness. Gab es immer mal wieder so Berichte. Da kann man sich fragen, sind wir erstmal skeptisch, kritisch, ob das wohl auch wirklich stattgefunden hat, ob es dieses Ungeheuer gibt? Da kann man fragen, gibt es Analogien? Gibt es irgendwie von anderen Erdteilen oder sehen Berichte über sowas? Es wird sehr spärlich, die Luft wird sehr dünn. Es gibt irgendwelche Berichte vielleicht über Drachen oder Mythen oder Sagen, aber es ist alles sehr fragwürdig, sehr unsicher. Korrelation, kann man irgendwie herleiten, woher kommt wohl dieses Ungeheuer? Und hat das irgendwelche Folgen, dass dieses Ungeheuer dort gesichtet wurde? Und bei diesem Beispiel merken wir, das ist irgendwie alles sehr fragwürdig. Da muss man ein großes Fragezeichen dran setzen. Apostelgeschichte, Analogie habe ich groß unterstrichen, weil dieser Ernst Trollsch gesagt hat, Analogie ist ein starkes, gewichtiges Argument unter diesen drei Punkten, ist ein sehr wichtiges Kriterium. Es gibt Analogien, es gibt parallele Berichte, die ganz ähnlich sind wie die aus Apostelgeschichte 2. Und ich lese euch mal einen vor, ich habe euch einen mitgebracht. Ein Bericht aus Indonesien, aus Osttimor, aus dem Jahr 1965. Ein Timorese namens Meltari berichtet, ich erinnere mich noch lebhaft an jenen Abend des 26. September 1965. Nicht Pfingsten, irgendwann mal im Spätsommer. Etwa 200 Leute aller Altersgruppen hatten sich in unserer Kirche zum Gebet versammelt. Während wir beteten, geschah plötzlich etwas sehr Merkwürdiges. Als ich in jener Nacht neben meiner Schwester saß, hörte ich dieses mächtige Brausen. Es klang wie ein kleiner Tornado in der Kirche. Ich schaute umher, konnte aber nichts sehen. Ich wandte mich an meine Schwester. Hörst du auch dieses seltsame Geräusch? fragte ich. Ja, antwortete sie. Aber denke nicht an das Geräusch und lass uns beten. Sie fing an zu beten und gleichzeitig hörte ich, wie viele andere auch anfingen zu beten. Es muss erwähnt werden, dass in unserer Kirche immer in einer strengen Ordnung gebetet wurde. Einer nach dem anderen. Denn wenn einer in unserem Gottesdienst betete, so reichte das schon, da wir alles schriftlich vor uns liegen hatten. Also man kann sagen, es wurden Gebete eher gelesen. Wenn also viele hätten beten sollen, dann hätten wir ein ganzes Paket an Gebeten zu schreiben gehabt. In jener Nacht aber vergaßen alle Presbyterianer, das ist die Konfession, die herkömmliche Gottesdienstordnung und begannen im Geist zu beten. Zuerst einer nach dem anderen, doch dann, ehe ich mir dessen bewusst wurde, begannen sie alle gleichzeitig zu beten. Oh, lieber Herr Jesus, was geht hier in diesem Gottesdienst vor sich? Sie haben die vorgeschriebene Ordnung vergessen, sagte ich. Und wie sie alle beteten, schaute ich zu den Pastoren hin. Ach, welcher Ausdruck der Furcht lag auf ihren Gesichtern. Sie saßen vor der Gemeinde auf dem Podium und wussten nicht, wie sie die 200 Menschen behandeln sollten. Auch sie vernahmen den mächtig brausenden Wind. Ich sah mich wieder um und noch immer war keine Bewegung festzustellen. Es war nur ein Rauschen. Dann hörte ich, wie die Feuerglocke laut und schnell ertönte. Gegenüber der Kirche befand sich die Polizeistation mit der Alarmglocke. Der Mann in der Polizeistation sah, dass unsere Kirche unter Feuer stand. So läutete er die Glocke, um die Einwohner des Dorfes schnell herbeizurufen, weil es brenne. In Indonesien und besonders in Timor kennt man keine Feuerwehr. Wir läuten lediglich die Feuerglocke und die Leute erfahren so, dass es brennt. Sie kommen aus dem ganzen Ort mit ihren Eimern, Vollwasser und anderen Geräten, um beim Löschen zu helfen. Als sie die Kirche erreichten, sahen sie die Flammen, aber die Kirche brannte nicht. Ich fragte mich noch immer, was eigentlich vor sich ging. Ich wandte mich zu meiner Schwester und sah, dass sie die Hände erhoben hatte und Gott pries. Dann bemerkte ich die Frau vor mir. Sie war Analphabetin und beherrschte nicht einmal unsere offizielle indonesische Sprache, so wie sie im ganzen Land gesprochen wird. Sie kannte nur ihre eingeborenen Sprache, nämlich Timoresisch. Natürlich konnte sie auch kein Englisch. Ich jedoch konnte damals schon etwas Englisch, da ich es in der Schule gelernt hatte. Und diese Frau fing an, in dem schönsten und vollendetsten Englisch zu beten. Oh Jesus, I love you, sagte sie. Oh, I want to take up the cross and follow you. Oh, I love you, Jesus. Und so fuhr sie fort, ihn zu loben und zu preisen. Dann fing ein Mann auf der anderen Seite der Kirche an, Deutsch zu beten. Dort stand er und seine Worte der Anbetung und des Lobpreises waren einfach wunderschön. Danach erhoben sich die Menschen überall in der Kirche und priesen Gott in verschiedenen Sprachen. Und als die Hunderte von Menschen, die gekommen waren, um das Feuer zu löschen, die Kirche erreichten, hörten sie all das Beten und sagten, was geht hier vor sich? Diese Kirchgänger sind niemals laut geworden. Sie haben auch niemals viel laut gebetet. Sie drängten sich in die Kirche, um zu sehen, was geschah. Und anstelle von 200 waren nun mehr als 1000 Menschen aus der ganzen Stadt in unserer Kirche. Fortsetzung folgt vielleicht in den nächsten Wochen. Muss ich mal sehen. Dieses Buch ist als PDF-Dokument im Internet zu finden. Ihr, die über YouTube reinschaut, ich habe es in die Beschreibung dieses Livestreams, habe ich den Link reingesetzt. Genau, sonst wie ein Sturmwind. Meldtari, wie ein Sturmwind. Googeln, dann stoßt ihr auf diesen Bericht. Das ist jetzt ein Bericht, der auffällige Parallelen zu dem Pfingstbericht aufweist. Es gibt noch viel mehr Berichte. Ohne groß zu recherchieren sind mal ungefähr vier, fünf Berichte aus den letzten 40 Jahren in den Sinn gekommen, von denen ich mal gelesen habe oder von denen ich gehört habe oder von denen mir berichtet wurde. Mal in größeren Zusammenkünften, mal persönliche, kleine Kontexte, aber starke Parallelen immer zur Apostelgeschichte. Natürlich kannst du jeden einzelnen Bericht in Frage stellen. Kannst fragen, ist da wirklich was dran? Aber es ist auffällig, dass es Analogien gibt und das spricht dafür, dass dieses Ereignis tatsächlich ungefähr so stattgefunden hat. Natürlich wirft dieser Bericht Fragen auch auf und er lässt auch bestimmte Lücken. Und es ist uns nicht abgenommen, diese Frage, ob wir diesem Bericht Vertrauen schenken. Diese Berichte, ihr habt gemerkt, es bewegt mich persönlich, sie wecken in uns natürlich Hoffnung, dass Pfingsten auch nicht nur für sich steht, Apostelgeschichte 2, sondern dass es sich wiederholt hat und dass es sich wahrscheinlich auch in der Zukunft und in der Gegenwart wiederholen wird. Es weckt in mir die Hoffnung, dass es für mich, für uns Pfingsten gibt. Ich bin so dankbar, dass ich persönlich auch tatsächlich schon so pfingstliche Momente erlebt habe und ich habe aber starken Hunger danach, dass sich das wiederholt und das in noch größerer Wirksamkeit zu erleben. Wir finden übrigens schon in der Bibel selbst im Neuen Testament Beschreibungen von Wiederholungen, dieses Pfingstereignis, Apostelgeschichte 4, Apostelgeschichte 18 in Ephesus. Da merkt man, das sind dieselben Ereignisse wie das Pfingstfest, teilweise mit anderen Nuancen, aber jedes Mal kommt irgendwie Kraft aus der Vertikalen, aus der Höhe auf Menschen und dann beginnt in der Horizontalen eine Wirkung. Ich persönlich finde in der Apostelgeschichte Ephesus am spannendsten, große Metropole gewesen. Er fing an mit zwölf Johannesjüngern, die eine Begegnung mit Paulus hatten und vor allen Dingen dann mit dem Heiligen Geist, die sich haben taufen lassen, die den Heiligen Geist empfangen haben und dann ging es lokal in Ephesus los. In Apostelgeschichte 2 kam nach langem Warten der Arzt. Kannst du noch warten? Uns steckt als Gesellschaft und auch als Gemeinde, uns steckt eine lange Phase des Wartens in den Knochen. Eine Phase des Wartens und Hoffens und auch manchmal von enttäuschter Hoffnung. Immer wieder haben uns irgendwie so, wie so eine Achterbahn, diese Bewegung, die Infektionsbewegung so mit durchgeschleudert. Wir haben gehofft, dass Lockerungen kommen, dann mussten wir diese Hoffnung wieder zurücknehmen und im Moment haben wir so einen Moment des Momentums. Im Moment geht mehr, es lockert sich, die Beschränkungen werden aufgehoben. Ich frage mich, haben wir warten gelernt? Wir hatten so eine verordnete Zeit des Wartens und damit ist nicht gegeben, dass wir auch tatsächlich innerlich warten lernen. Ich habe mich gefragt, habe ich warten gelernt? Ich habe mich gefragt, ob wir als Gemeinde, als Christen, ob wir gelernt haben zu warten und ob das vielleicht ein von Gott gewollter Seiteneffekt dieser ganzen Krise war, dass wir als Kirche lernen zu warten. Wir konnten nicht so viel machen. Vielleicht war das irgendwo auch eine Absicht von Gott, dass wir als Kirche nicht so viel machen, sondern dass wir uns einüben, in diese Haltung der Apostel zu warten. Stellt euch vor, ein merkwürdiger Patient kommt in ein Wartezimmer, er sitzt da und er kann nicht warten. Er fängt an, sich einen eigenen Reim über die Symptome zu machen. Das mache ich immer so im Wartezimmer. Ich überlege mir kurz die Symptome, damit ich, wenn der Arzt kommt, ihm was alles so runterrappeln kann. Manchmal sind Ärzte unter Zeitdruck. Aber stellt euch vor, da ist ein ungeduldiger Patient und der fängt einfach an im Wartezimmer, sich selbst zu behandeln. Macht sich irgendwie einen Reim auf seine Symptome, fängt an, sich selbst zu behandeln. Und dann fängt er auch noch an, andere Patienten, die da auch warten, zu behandeln mit seinen fragwürdigen Methoden. Was soll das Praxisteam mit so einem Patienten machen? Spinnen wir das mal weiter. Jetzt stellt euch vor, der Arzt kommt und der Patient, der sich gerade selbst kuriert, sagt, Ach, schön, dass sie da sind. Jetzt können sie mir endlich helfen, mich zu behandeln. Ja, das geht nicht. Das muss unterbrochen werden. Wenn der Arzt kommt, ist der Arzt dran. Und der weiß Bescheid. Kleine Zwischenfrage. Kennst du das von dir, dass du dich sehr bemühst um Veränderungen in deinem Leben? Und du denkst, das wäre doch richtig. Diese Veränderung wäre doch wichtig für mich und für mein Leben. Hast du schon mal in dir so eine gewisse bittere Frage gespürt? Gott, warum hilfst du mir nicht bei meinen Bemühungen um Veränderung? Denk es mal für dich weiter. Kann es sein, dass es für dich dran ist, nicht unbedingt zu kämpfen und dich selbst zu verändern, sondern dass es für dich einfach dran ist, zu warten, bis der Arzt kommt. Obwohl du schon weißt oder vielleicht meinst zu wissen, was richtig ist. Im Wartezimmer warten zu können, ist entscheidend. Wenn du nicht warten kannst, dann bist du ganz offen gesprochen noch nicht therapiefähig. Das ist entscheidend. Wenn man beim Arzt ist im Wartezimmer, dass man so innerlich therapiefähig wird. Das ist eine sehr schwierige Situation, wenn ein Patient da ist, der dringend Hilfe braucht, aber er ist vom Kopf her nicht therapiebereit oder therapiefähig. Manche Patienten verlängern und verschlimmern ihr Leiden, weil sie nicht warten können. Manchen Leuten könnte so schnell geholfen werden, wenn sie endlich Einsicht in die eigene Behandlungsbedürftigkeit haben. Wie lange müssen wir eigentlich warten? Beim Arzt im Wartezimmer ist das relativ einfach. Es gibt so ein geheimes Zeichen. Dein Name wird aufgerufen. Du darfst dann ins Behandlungszimmer gehen. Oder manchmal gibt es da so ein System in den Praxen, dass du erst auf den einen Sitz im Flur gehst, dann auf den anderen Sitz im Flur und dann gehst du ins Behandlungszimmer 1 und dann ins Behandlungszimmer 3. Aber irgendwann wirst du ausgerufen, das ist das Zeichen. Du wirst ausgerufen und dann geht es weiter. Wir müssen, wenn wir auf Gott warten, wir müssen warten, ganz einfach, bis er anfängt zu wirken und bis wir Zeichen davon wahrnehmen. In der Apostelgeschichte sehen wir, hören wir, wir ahnen, wir lesen diese Zeichen. Dieser Sturmwind auf einmal, dieses Pfeifen, diese Flammen, das waren deutliche Zeichen und dann die ersten Wirkungen, dass sie den Drang hatten zu sprechen, offenbar öffentlich zu sprechen, sich zu äußern. Die innere Verwandlung, die dem vorausgeht, ist, dass sie offenbar Mut bekommen hatten und einen Drang hatten zu sprechen über Gott. Das waren Zeichen, die hatten sie an sich wahrgenommen. Können wir warten, bis wir diese Zeichen an uns wahrnehmen? In diesem Bericht aus Indonesien, auffällig ähnliche Zeichen. Irgendwas mit Feuer, irgendwas mit Wind und dann ging das Gebet los. Da passierte etwas mit Sprache. Ich habe sowas noch nie so erlebt, dass ich irgendwie Flammen gesehen hätte oder so einen lauten Wind oder sowas wahrgenommen hätte. Da warte ich noch drauf. Aber was ich schon erlebt habe oder öfter beobachtet habe, ist ein Empfinden von Hitze, dass etwas mit der Atmung passiert, also sozusagen mit unserem körpereigenen Wind, dass da irgendwas los ist. Und dass auch etwas Sprachliches passiert. Das habe ich bei anderen und bei mir schon beobachten dürfen. Es muss nicht so sein, es müssen nicht genau diese Wirkungen sein, aber das habe ich schon beobachten dürfen. Kannst du auf Zeichen warten? Die Kirchengeschichte ist leider nicht nur eine Geschichte der Heilung dieser Welt. Ganz bestimmt nicht. Die Kirchen sind tief verstrickt in alle möglichen tragischen Fehlentwicklungen. Und vieles kennen wir auch aus unserem Leben, dass von Gemeinde, von Kirche wahrlich nicht immer nur Heilung, etwas Heilsames ausgegangen ist. Könnte es sein, dass solche tragischen Fehlentwicklungen der Kirchengeschichte im Kleinen, in unserem Leben, in unserem Horizont wie im ganz Großen, dass die gemeinsame Wurzel darin liegt, dass den Jüngern Geduld fehlte, dass sie nicht warten konnten, stattdessen die Dinge selbst in die Hand genommen haben. Im Paradies, kurzer Sprung dahin, da gibt es den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und wir haben davon gegessen und der Trugschluss, der mit dieser Frucht einhergeht, ist, wir haben oft eine gute Orientierung, was Gut und Böse angeht, aber da steckt ein Fluch mit in dem Genuss dieser Frucht. Wir meinen dann oft, aus diesem Wissen heraus, das Richtige auch tun zu können, tun zu können, umsetzen, handeln zu können. Und das fällt uns nicht leicht, obwohl wir manchmal wissen oder meinen zu wissen, was richtig und was gut ist und was wir tun müssten, zu warten, bis wir merken, Gott schickt Kraft. Gott schickt die Kraft. Er fängt an zu handeln. Wir haben vor bald zweieinhalb, drei Jahren ein Heilungsseminar gemacht. Wir hatten ein Team aus Marburg hier. Und sie haben eine Schulung mit uns gemacht, darüber, wie man um Heilung betet. Ich denke, ein Großteil war dabei, andere waren vielleicht nicht dabei. Es ist wirklich eines der besten Seminare, die ich in den letzten Jahren mitgemacht habe. Und der Referent Johnny Nimmo, der hat hauptsächlich über diesen Moment gesprochen, wo wir völlig hilflos sind, wo vor uns ein vielleicht notleidender Mensch ist. Wir wissen, wir haben eine Ahnung, was ihm helfen würde, aber wir sind letztlich unfähig, wir sind unfähig, ihm zu helfen. Und er hat sehr ausführlich über diesen Moment gesprochen, das auszuhalten und das sogar auch zu besprechen, mit dem er zu uns gekommen ist. Wirklich zu sagen, du bist krank, ich kann dir nicht helfen, aber Jesus kann helfen und wir beten, dass er jetzt anfängt zu wirken und wir machen einfach gar nichts, bis er anfängt zu wirken. Wir machen gar nichts, bis er anfängt zu wirken. Ich weiß auch noch, dass er über diesen Totenpunkt gesprochen hat, dass er gesagt hat, es passiert so viel Mist, weil wir das nicht aushalten. Dann fangen wir an, uns im Kopf und Kragen zu beten und zu reden und Bibelstellen zu zitieren. Alles gut, alles richtig. Aber wir halten diesen Moment von Hilflosigkeit und von Warten darauf, dass Gott anfängt zu wirken. Wir halten den schlecht aus. Wir können nicht auf die Zeichen wirken. Er hat auch ein bisschen über Zeichen gesprochen darüber, dass wir ein Empfinden, eine Wahrnehmung haben, jetzt sind Zeichen dafür da, dass Gott anfängt zu wirken und jetzt können wir dem nachfolgen. Ich gebe jetzt ein Zeichen an die Musiker, nach vorne zu kommen. Ihr seid gleich dran. Es fällt uns unglaublich schwer, so einen toten, stillen, leeren Moment auszuhalten und ich glaube, dahinter sitzt letztlich eine Angst und es ist gut, wenn wir dieser Angst ins Auge schauen, wenn wir uns damit auseinandersetzen. Ich glaube, dass es letztlich die Angst vor Kontrollverlust ist. Und diese Angst ist wirklich nicht unberechtigt, weil es tatsächlich bei dem Heiligen Geist um eine Kraft geht, die uns nicht irgendwie zur Verfügung steht, die wir aus dem Hut zaubern könnten, sondern es geht um die Kraft Gottes, die Herrschaft auch über unser Leben übernehmen will. Und ich jedenfalls, ich habe da Angst vor, ich weiß nicht, wie es euch ist, aber fremdbestimmt zu sein, da habe ich Angst vor. Ich will gerne selbstbestimmt leben. Und ich muss mich damit auseinandersetzen und das spricht Ängste in mir an, wahrzunehmen, da kommt eine Kraft und die Willherrschaft ausüben, die Willherrschaft übernehmen. Wir alle haben irgendwie Grenzüberschreitungen erlebt im Leben, dass Menschen irgendwie eine empfindliche Grenze bei uns überschritten haben und wir haben Angst bekommen und wir verteidigen oft so unser Revier. Das sind Reflexe, die sind einfach da. Und wir tun gut daran, das ernst zu nehmen und uns das bewusst zu machen. Wir tragen alle an unserer Seele, vielleicht sogar an unserem Körper leider, Narben von Grenzüberschreitungen. Aber was wäre, wenn diese Grenzüberschreitung Gottes und des Heiligen Geistes, der zu dir kommen will, der dich erfüllen will, der dir die Grenze deiner Haut überschreiten will, der in dich hineinkommen will, wie wäre es, wenn das eine Herrschaft des Friedens ist, die er bringt und eine Herrschaft der Heilung, die viel besser und gesünder ist als deine Selbstbeherrschung, deine Selbstkontrolle. Wenn du auf den Arzt wartest, dann musst du dich darauf einstellen, dass dieser Arzt vielleicht empfindliche Grenzen bei dir überschreiten wird. Und wir kennen das von kleinen Kindern, die eskalieren dann manchmal. Wenn ein Arzt, ein Kinderarzt eine empfindliche körperliche Grenze überschreiten muss, aber es muss manchmal sein. Ich habe im ersten Beruf Metallhandwerk gelernt und da habe ich viel mit einer Flex gearbeitet. Und ich habe irgendwann mal an einem Freitag habe ich mir einen kleinen Stahlsplitter ins Auge geholt, dadurch, dass ich Stahl abgeschliffen habe. Es ist irgendwie hinter die Brille gesprungen. Und ich habe das nicht gleich gemerkt, ich habe das erst am nächsten Tag gemerkt, dass mein Auge immer tränt. Und da war ich unterwegs mit zwei Freunden. Ich habe gesagt, mein Auge tränt immer. Ich habe da irgendwas im Auge. Und dann haben wir unterwegs in einer wildfremden Stadt einen Augenarzt im Notdienst ausfindig gemacht. Wir sind zu dem hingegangen und der Augenarzt hat mich groß angeschaut und hat gesagt, ja, Sie haben Stahlsplitter im Auge und wir müssen da ran. Ihre Hornhaut. Sie sind zu dritt da. Ihr einer Freund hält das untere Augenlid fest, der andere das obere Augenlid und dann muss ich da ran. Ich betäube sie ein bisschen. Und dann hat er mir das aus der Hornhaut gekratzt, den Stahlsplitter. Das war eine empfindliche, körperliche Schwelle so, das Auge. Aber es war notwendig, damit mir geholfen wird. Können wir warten und können wir auf die Zeichen warten und können wir diese Ängste, die völlig normal sind, die ich glaube, jeder Mensch hat, können wir die zurückstellen? Können wir uns einlassen wirklich auf diese Kraft? Ich muss gerade denken, deshalb muss ich auch schmunzeln, an einen britischen Prediger, Nicky Gammel, der ist auch Jurist, ein typischer steifer Brite und ich kann mich erinnern, ich habe einmal eine Konferenz verfolgt, die er geleitet hat und wo er ein Referat gehalten hat und am Ende hat er den Heiligen Geist eingeladen zu kommen und ich hatte das Gefühl, der wird sich am liebsten verstecken und wegrennen bei dem, was er gerade macht. Man konnte ihm so richtig anspüren, dass er selbst auch Angst hat. Es ist gut, wenn wir uns das eingestehen, dass diese Angst da ist. Aber der Heilige Geist will kommen, er will unsere Furcht vertreiben, er will uns mit seiner Liebe überwinden und gewinnen. Ich habe diese Predigt begonnen mit einem kleinen Moment des Wartens und der Wachsamkeit und das möchte ich euch ans Herz legen. Wir sind im Moment als Gemeinden ganz gesellschaftlich in dieser Bewegung wieder Fahrt aufzunehmen und erlaubt es mir, dir als Denkanschluss mitzugeben, vielleicht sollten wir eine kleine Pausentaste reinhauen und bei dieser Bewegung, die uns irgendwie jetzt alle erfasst, nicht sofort mitmachen, sondern warten, ein Dazwischenschalten und auch Wachsamkeit. Warten, vor Gott warten. Ich ermutige dich in deiner stillen Zeit, fang nicht mit deinem Programm an, guck nicht sofort auf die Liste, was du liest, wo bin ich gerade. Fang beim Beten nicht sofort mit deiner Agenda an, sondern fang mit einem Moment einfach des Wartens an. Du kannst nichts erzwingen im Gebet, aber es ist gut, bei allem, was wir machen, was irgendwie mit Glauben zu tun hat, mit einem Moment des Wartens, der Wahrnehmung und der Wachsamkeit anzufangen. Drei W, warten, Wahrnehmung, Wachsamkeit. Wenn wir uns treffen zum Gebet, ob per Zoom oder auch hoffentlich bald wieder persönlich, nicht sofort losreden, sondern einen Moment warten, die Gegenwart Gottes wahrnehmen. Und manchmal nimmst du schnell und manchmal brauchst du ein bisschen länger, dass du Zeichen wahrnimmst, dass du sogar merkst, Gott fängt an zu reden. Ich glaube letztlich, jedes Gebet ist schon eine, jedes echte Gebet ist eigentlich eine Antwort. Eine Antwort darauf, dass Gott angefangen hat. Lasst uns Gott diesen Platz wieder geben, wenn wir Gottesdienste feiern, wenn wir beten, persönlich oder auch, wenn wir zusammenkommen. Er fängt an. Er kommt mit seinem Geist, mit seiner Kraft. Genug geredet. Vertraue und glaube,